Hallo Rory. Hallo Pira Lem. Jee. Unser Projekt ist auf WeMakeIt. Super. Wir sind hier um unser Projekt vorzustellen. Ich bin Henry Fries. Sänger und Rock der D. Und ich bin Pira Alang Cassie. Gitarrist, Toningenieur und Rock der D. Wir machen eine Doppel CD mit den größten Rocksongs der 60's. Ja, eine Doppel CD. Auf einer CD sind alle Playbacks mit den Texten zum mitsingen, damit die Lehrer mit den Schülern die Songs einproben können. Auf einer CD. 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 Bis bald. Tschau zahme. Goodbye everybody. Take care. And thanks a lot for supporting us on LemeKit.ch